Mein Name ist Wiebke Oetjen. Open Source für Open Access lautet der Titel meines Posters, mit dem ich Ihnen die Repository-Software MyCore vorstellen möchte. Der Name MyCore bedeutet My Content Repository. Mit dem Software-Framework werden Dokumenten-Server, Online-Archive und digitale Bibliotheken erstellt und damit können Sie Metadaten und digitale Inhalte im Web präsentieren. MyCore ist vielseitig einsetzbar, weil die Software an die eigenen Anforderungen angepasst werden kann. MyCore ist nachhaltig, weil das Framework von einer bundesweiten Community kontinuierlich weiterentwickelt wird. Es gibt 65 MyCore-Anwendungen an Universitätsbibliotheken und Rechenzentren und auch große Einrichtungen, das Statistische Bundesamt und der Bundesministerium setzen MyCore ein. Aber die Kleinen sind ja auch sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank.